Heute haben wir was zum zukünftigen MCU zu Fox und mehr, das geht ab im Fernsehen. Willkommen zu Marvelous Supreme. Fangen wir mit Fox an, da hat noch eine Entscheidung zur Zukunft von The Gifted gefehlt und wie erwartet wurde die Show nun offiziell eingestellt, was laut zahlreicher Berichte Fans der Show mit einem Cliffhanger der letzten Season alles andere als zufriedenstellen wird. Nach Legion Staffel 3 ist also Schluss mit Marvel Fox TV. In Sachen MCU Zukunft gab es ein paar interessante Aussagen von Feige und Co. Kevin stellte zunächst mal klar, dass an Deadpool nichts verändert werden soll, weil der Franchise funktioniert und Iger genau deswegen alles beim Alten belassen möchte. Die Marvel Studios wollen ab Phase 4 inklusiver werden. Diversity vor und hinter der Kamera wird laut den Russos der Goldstandard sein, was hervorragend klingt. Dementsprechend ist es nicht überraschend, dass Feige von der relativ baldigen Verwendung von Body-Positive-Figuren sprach und für die Eternals nach einem asiatischen, offen homosexuellen Hauptdarsteller gesucht wird. Die Eternals haben außerdem ein weiteres Gesicht dazu bekommen. Der Koreaner Ma Dong Seok, bekannt für Train to Busan und The Outlaws, stößt zum Cast dazu. Außerdem gab es von Feige noch eine kleine Klarstellung zur Phase 3. Das Ende sei tatsächlich nicht Endgame, sondern ähnlich wie bei Ant-Man in Phase 2 würde Spider-Man Far From Home als Art Epilog für die bisher erzählte Geschichte herhalten und somit den Abschluss bilden. Laut Tessa Thompson wurde den Marvel Studios das Konzept für einen vierten Thor-Film vorgelegt. Sie habe gehört, dass der aktuelle Plan Taika Waititi erneut als Regisseur sehe. Sie weiß allerdings nicht, wie real die ganze Nummer wirklich ist. Mal schauen, ob der Odinson mit Valkyrie in Zukunft vielleicht den Wiederaufbau Asgards irgendwo in Angriff nehmen darf. Und dann haben wir noch was Schönes von den Russos. Im Gespräch mit der India Times kam raus, dass die beiden aktuell an einem Special zu Stanlees Leben und seinen Werken arbeiten. Klingt stark nach einer Dokumentation, genauere Details fehlen allerdings noch. Wäre für Disney Plus in meinen Augen aber eine perfekte Erweiterung des geplanten Marvel Contents. Und das war es dann auch für heute. Lasst einen Daumen da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Vielen Dank fürs Reinschalten. Macht's gut. Caps out.